Hallo, mein Name ist Martin Wachowius vom Wirtschaftsrechtshelden-Pott, Ihr persönlicher Begleiter zum erfolgreichen Wirtschaftsrechtsstudium. Hier erfahren Sie alles, was Sie für ein erfolgreiches Wirtschaftsrechtsstudium brauchen. Von mir bekommen Sie immer die richtigen Tipps. Regelmäßig lade ich Wirtschaftsrechtshelden als interessante Gesprächspartner ein, wie zum Beispiel ehemalige Studierende, Professoren und andere Hochschulmitarbeiter. So können Sie aus deren Praxiserfahrung lernen und selbst zum Wirtschaftsrechtshelden werden. In dieser zwölften Episode geht es um ein Testimonial von Herrn Sascha Weber, einem ehemaligen Studenten des Wirtschaftsrechts an der Hochschule Hof, der seine Erfahrungen aus dem Studium und aus seinem Berufseinstieg mit in teilt. Von ihm können Sie erfahren, wie man es schafft, bei einem der Top-Arbeitgeber in Deutschland zu arbeiten. Heute hören Sie den ersten Teil des Testimonials, in dem es darum geht, warum Herr Weber Wirtschaftsrecht und gerade in Hof studiert hat. Darüber hinaus werden Sie einen Einblick in seinen Studieneinstieg bekommen. Dabei hält Herr Weber ein paar sehr praktische Tipps für Sie bereit. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie diese Episode. Ja, ich freue mich, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben beim Podcast Wirtschaftsrechtshelden. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute einen ehemaligen Studierenden bei mir habe. Das ist Herr Sascha Weber. Herr Weber, schön, dass Sie da sind. Hallo, Herr Prof. Wachobius, vielen Dank für die Einladung, dass ich auch heute mal in Ihren Wirtschaftsrechtshelden-Podcast teilnehmen darf. Wie gesagt, als ehemaliger Student der Hochschule Hof freut mich das sehr. Prima, mich freut es auch sehr, denn es ist ja gerade für unsere Zuhörer wichtig, mal zu wissen, wie man aus Sicht eines ehemaligen Studierenden im Nachhinein das Studium bewertet, den Studiengang Wirtschaftsrecht und was das vielleicht auch so für den eigenen Berufsweg auch gebracht hat. Ja, ich könnte Sie jetzt lang und breit vorstellen. Ich mache es ein bisschen und Sie ergänzen dann mal noch Punkte, die ich vergessen haben sollte. Ja, also Herr Sascha Weber war Student des Wirtschaftsrechts bei uns an der Hochschule Hof und zwar vom Wintersemester 2012 bis zum März 2016 und hat da sein Studium erfolgreich mit dem Bachelor of Law abgeschlossen. Und ja, ich würde sagen, alles weitere von Ihnen erfahren wir jetzt einfach durch unser Gespräch. Da will ich jetzt gar nicht so lange einen abstrakten Vorspann halten. Dann starten wir doch einfach mal, Herr Weber, mit der Frage, warum Sie eigentlich Wirtschaftsrecht studiert haben und warum hat es Sie gerade nach Hof verschlagen? Also, wie gesagt, die erste Frage mal vorab, warum Wirtschaftsrecht? Ich war vorher auf der Fachoberschule in Fürth und hatte da das Fach Rechtslehre und hatte dazu den Kontakt oder die Berührungspunkte zu dem Studium Recht an sich mal so. Und das hat mir großen Spaß gemacht, ein bisschen so im BGB blättern und dann ein paar Fälle lösen und so einem hoffentlich guten Ergebnis zu kommen und hatte da den Zug zu dem Bereich Recht und habe mich dann letztendlich mal recherchiert, was könnte man denn machen? Nach dem Abitur wollte ich immer studieren und dann kam die große Frage auf, ja, was studieren? Und wie gesagt, Recht wäre eine Möglichkeit. Dann gab es entweder das klassische Jura-Studium oder nach einer kurzen Recherche Wirtschaftsrecht. Und gut, für Jura war ein allgemeines Abitur schon mal Voraussetzung. Das hatte ich durch die Fachoberschule nicht. Und vor allen Dingen war auch Grund meiner Abitur, habe ich, das war ja auch ein Mix zwischen Recht und BWL, also Wirtschaft. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe mir mal diese Module durchgelesen, was es so im Bereich Wirtschaftsrecht so angeboten dann wird. Und das hat so genau oder so ungefähr dem entsprochen, was ich auch im Abitur gehabt habe, die zwei Jahre auf der VOS. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre genau das Richtige. Wie gesagt, das Rechtliche und auch das Wirtschaftliche. Das könnte eine gute Mischung aus beiden sein. Genau. Und deshalb habe ich mich für Wirtschaftsrecht entschieden. Warum Hof? Wie gesagt, ich habe auch im Internet wieder recherchiert und bin dann natürlich als örtlich näheste Lage auf die Hochschule in Hof gestoßen. Und dann war das für mich klar, dass ich dorthin gehen werde. Und habe mir dann ein Jahr vorher, habe ich mal ein Beratungsgespräch auch gehabt mit Studienberater an der Hochschule. Habe mir dann mal in den Ferien war das, bin ich nach Hof gefahren, habe mir das mal angeschaut, die ganze Hochschule, habe mich beraten lassen, ob das dann auch wirklich was für mich wäre. Wie gesagt, auch die Stadt ist ja immer interessant. Passt das zu einem? Oder wie gesagt, die Hochschule, wie ist die ausgestattet? Ist es ein sehr großer Campus oder eher kleiner? Wie sind die Vorlesungssäle? Das wurde mir da alles gezeigt. Und ich war da eigentlich schon sehr angetan und habe mir gedacht, ja, ein Hof, wie gesagt, das ist eine sehr übersichtliche Hochschule. Und da bist du, denke ich mal, nicht eine Nummer unter vielen, sondern da hat man auch einen engeren und näheren Kontakt zu den Professoren, zu den Dozenten. Und das kann eigentlich letztendlich nur ein Vorteil sein. Und es hat sich auch im Nachgang so herausgestellt, dass es definitiv sehr gut ist, dass es eher kleineren Gruppen sind. Und außerdem muss man auch dazu sagen, in den Hof sind die Lebenshaltungskosten auch noch sehr überschaubar im Vergleich zu den Großstädten wie Nürnberg und München. Da kann man sich dann auch als Student noch bezahlbaren Wohnraum leisten. Und deshalb war dann für mich, wie gesagt, ein Jahr vor Studienbeginn schon klar, dass ich nach Hof Wirtschaftsrecht studieren werde. Ja, prima. Ja, also da haben Sie ja gleich eine ganze Menge Gründe genannt, die für Sie, fürs Wirtschaftsrechtstudium und für Hof auch gesprochen haben. Und ich denke, sehr repräsentativ ist einmal, dass Sie über Ihr Abitur in der Forst halt schon mal Berührungspunkte zu den wesentlichen Inhalten des Studiums hatten, nämlich zu Wirtschaft und Recht. Und das wird ja für den einen oder anderen Zuhörer halt auch interessant sein, weil es gibt, an der Forst gibt es diese Kombination, aber auch an vielen anderen weiterführenden Schulen gibt es ja die Möglichkeit schon als Schüler, ich glaube so Ende der Sekundarstufe 1 und dann in der Sekundarstufe 2 diese Fächer zu wählen. Das heißt also, da kann sich vielleicht doch der eine oder andere auch angesprochen fühlen und zu überlegen, Mensch, hat mir das in der Schule schon gefallen, dann kann ich da vielleicht noch mal einen draufsetzen und ein Studium rausmachen. Und dann haben Sie eben auch zu Recht gesagt, es gibt ja einen Unterschied zwischen dem Jurastudium an der Uni und dem Wirtschaftsrechtstudium an der Hochschule. Und ich würde sagen, der große Unterschied ist der, wenn Sie wissen, dass Sie von Anfang an Richter, Staatsanwalt oder Rechtsanwalt werden wollen, dann führt kein Weg an der Uni vorbei. Aber für alles andere, und das sind also bestimmt 90 Prozent aller juristischen Berufe, die es ansonsten in Deutschland gibt, die eben nicht Richter, Staatsanwalt und Rechtsanwalt sind, für die ist das Wirtschaftsrechtsstudium meines Erachtens sogar viel besser geeignet, weil Sie den ganzen Ballast, den man für die auf Richteramt ausgerichtete universitäre Ausbildung zwangsläufig machen müssen, den müssen Sie sich gar nicht erst aneignen. Sie können sich also wirklich wunderbar gleich für die Praxis im Unternehmen ausbilden lassen. Sehr schön. Und ein ganz wichtiger Punkt für Hof, haben Sie völlig zu Recht gesagt, die guten Lebenshaltungskosten. Also als Student schwimmt man ja jetzt nicht unbedingt im Geld. Das ist auch, wenn ich an meine Studienzeit erinnere, da war das auch so. Und ja, da ist es doch prima, dass man einen sehr überschaubaren Semesterbeitrag hat. Ich glaube, zu Ihrer Zeit waren da auch so um die 100 Euro, glaube ich, oder? Also ich war die ersten zwei Semester, da gab es nur die Studiengebühren auf 500 Euro. Das gab es damals noch. Und dann gab es die Semesterbeitrag oder so. Ja, der Semesterbeitrag. Und das war dann mit 170, 80 Euro, glaube ich sogar. Das kann damals sogar noch günstiger gewesen sein. Nein, und es war auch sehr überschaubar, ja. Ja, na. Also das ist das Positive jetzt aktuell, dass es eben keine Studiengebühren mehr gibt. Also da hatten Sie aber auch noch ein bisschen Recherweber, dass Sie da noch drunter fielen, die ersten beiden Semester. Jetzt gibt es nur noch diesen Semesterbeitrag. Und da kriegen Sie auch quasi eine Gegenlastung für das Semesterticket mit drin. Und dann können Sie auch vergünstigt in der kulinarisch hochfertigen Mensa essen. Also da ist dann ja auch schon vieles mit drin. Ja, wunderbar. Also dann haben wir einen guten Einstieg. Warum Wirtschaftsrecht und warum Hof? Und jetzt ist es bei Ihnen ja auch schon ein bisschen her. Also 2012, das sind jetzt, nee, 2012 haben Sie angefangen und 2016 haben Sie dann geendet. Das sind jetzt vier Jahre. Das ist ja auch schon doch ein ganz schönes Stück schon wieder. Aber wenn Sie sich mal an den Anfang Ihres Studiums noch so zurückerinnern können, so 2012 rum, haben Sie da noch so Erinnerungen daran, wie so Ihr Einstieg ins Studium war? Ich frage vor allem deshalb, wenn der eine oder andere Zuhörer von uns jetzt in der Situation ist, sich zu überlegen, ob er Wirtschaftsrecht anfangen will und vielleicht dann auch an der Hochschule ruft. Wie gestaltet sich da so der Einstieg ins Studium und was waren da so Ihre Erfahrungen? Und vielleicht haben Sie sogar den ein oder anderen Tipp an unsere Zuhörer, wie der Einstieg ins Studium gelingen kann. Also ich kann mich noch erinnern, dass es in der ersten Woche, glaube ich, so eine Begrüßungs-, Willkommens-Vorlesung, Veranstaltung gab, wo alle Studierende im ersten Semester im Wirtschaftsrecht herzlich begrüßt wurden. Und da hat man natürlich als erstes mal Kontakte knüpft zu den Studierenden. Und das ist, finde ich, sehr wichtig. Dann findet man erstens mal Freunde für das soziale Leben, zweitens einmal auch Studienkollegen, die einen vielleicht später mal unterstützen können oder auch Kollegen vielleicht, die Kontakt zu höheren Semestern haben. Weil für einen Tipp oder für Altklausuren schadet es später irgendwann nicht, weil spätestens nach dem ersten oder zweiten Semester kommt die erste Klausur und dann ist es schon mal gut. Wie tickt zum Beispiel der Professor? Wo liegt der irgendwelche Schwerpunkte? Und wie gesagt, wenn man eine Altklausur hat, dann kann man die mal testen und so weiter. Und das ist schon mal ein sehr hilfreicher Start, wenn man da Kollegen zur Seite hat, die ihn da unterstützen oder sagen, Mensch, ich habe vielleicht noch die oder die Aufzeichnung aus der Vorlesung mitgenommen. Gib halt mal da noch acht und lern das vielleicht noch mal kurz vor der Vorlesung, äh, vor der Klausur. Genau, und das ist schon ein wesentlicher Teil, denke ich mal. Und auch so, wenn man dann in den Hof wohnt, dass man dann da Freunde hat, finde ich das schon wichtig. Ja, also das ist sicherlich sehr hilfreich. Und auch gerade der Tipp eben, neben dem sozialen, also der sozialen Anhang zu finden, ist natürlich eben auch ganz gut, von höheren Semestern so ein paar Tipps zu bekommen. Und, ähm, vielleicht auch mal, wenn man nochmal Fragen hat und man traut sich dann irgendwie nicht in der Vorlesung irgendwie was zu fragen, wenn man dann nochmal einen aus dem höheren Semester hat und sagt, wie war denn das? Na, genau. Ja, also das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr hilfreich. Danke für die Tipps, die Sie da unseren Zuhörern gegeben haben. Gab es denn vielleicht irgendwie auch mal Hindernisse im Studium? Also wenn ich zum Beispiel dran denke, als ich studiert habe, da weiß ich, im ersten Semester habe ich gedacht, so arg wird es schon nicht sein. Da musst du dich doch nicht so richtig hintersetzen. Und dann wurde ich dann doch ziemlich ernüchtert in den ersten Klausuren. Da ging es dann schon ganz schön so zur Sache. Und da musste ich dann mich quasi auf die Hinterbeine setzen und nochmal ranklotzen. Also Hindernisse, finde ich, gibt es irgendwie in jedem Studium. Und hatten Sie vielleicht auch welche? Und falls ja, wie haben Sie die eigentlich erfolgreich überwunden? Hatten Sie da irgendwie eine Strategie oder eine Hilfe? Oder wie lief das? Also sehr große Hindernisse hatte ich jetzt nicht, kann ich mich zumindest nicht daran erinnern. Was natürlich jedes Semesterhindernis ist, sind die Klausuren. Die muss man bestehen, damit man dann auch die nächsten Schritte gehen kann. Damals bei uns war ja dieses vom dritten ins vierte Semester, musste man eine gewisse Anzahl an Credits erreichen, damit man weiterkommt. Und das ist natürlich ein Hindernis und da muss man natürlich fleißig sein, den ersten drei Semestern und natürlich schon im ersten Semester, damit man den Grundstein legt, damit es dann auch im dritten Semester ganz gut klappt. Und da kann ich eigentlich nur als Tipp geben, dass man immer rechtzeitig vor den Klausuren das Lernen anfängt, auch in den Vorlesungen immer zumindest überwiegend daran teilnimmt. Und genau, und wie gesagt, rechtzeitig lernen ist das A und O aus meiner Sicht. Und mein Erfolgsrezept, mein persönliches war auch, dass ich jetzt nie irgendeine Klausur geschoben habe. Weil ich habe immer gesagt, naja, wenn man es schiebt, okay, es könnte aber sein, dass ich irgendeine Klausur mal nicht bestehe. Und das ist ganz legitim. Und wir haben immer gesagt, als auch die anderen Kommilitonen, wer schiebt und vielleicht eine Prüfung nicht besteht, das könnte dann schon schwierig werden. Das kommt man dann irgendwann mal in Schlingen vielleicht und schafft dann letztendlich diese erforderlichen Credits nicht. Und ja, da gab es dann so unter den Kommilitonen so einen berühmten Satz, wer schiebt, der fliegt. Und das hat sich eigentlich ganz gut eingebrannt. Und das kann ich ja als Tipp weitergeben. Ja, ja, sehr schön. Vielleicht so als Hintergrund für die Zuhörer. Im Wirtschaftsrechtsstudium ist es so, dass Sie zwischen dem dritten und dem vierten Semester eine sogenannte Vorrückungshürde haben. Das heißt also, wenn Sie in den ersten drei Semestern nicht ausreichend viele Klausuren bestehen, haben Sie da nicht so viele Punkte gesammelt, dass Sie ins vierte Semester fortrücken können. Und dann haben Sie in der Tat das Problem geschiebt, der fliegt. Also, dass da es dann wirklich sehr viel auf einmal für Sie wird. Und dann sitzen Sie nicht mehr mit Ihren Kommilitonen in den Vorlesungen, sondern müssen dann die Vorlesungen mit anderen jüngeren Semestern belegen. Deswegen, also das ist auch meine Empfehlung. Insofern Wasser auf meine Mühlen, was Sie gesagt haben, Herr Weber. Aber schon wirklich versuchen, die Klausuren mitzuschreiben, wenn sie angeboten werden, weil das ist schon eigentlich so gelegt, dass Sie damit eigentlich durchs Studium kommen. Also ohne Freiheit kein Preis, also geschenkt wird nichts. Aber Sie müssen quasi, wenn Sie die Klausuren, die man Ihnen anbietet, in dem Zeitraum schreiben, dann ist das Studium auch in dieser Regelstudienzeit und so weiter, also auch wirklich gut machbar. So, da sind wir schon am Ende dieser Episode angekommen. Weil das Interview mit Herrn Weber so viel Interessantes für Sie ergeben hat, habe ich mich entschieden, das Interview auf mehrere Episoden aufzuteilen. Alle wichtigen Informationen zu dieser Episode finden Sie wie immer in den Shownotes zu dieser Episode und im Blog unter www.wirtschaftsrecht-helden.de. Schauen Sie doch gleich mal vorbei. Dort erfahren Sie auch, welche neuen maßgeschneiderten Bücher aus der Reihe Wirtschaftsrecht Helden erschienen sind, um Ihnen auf Ihrem Weg zum Wirtschaftsrecht Helden zu helfen. Bis zur nächsten Episode, Ihr Martin Wachowius.